Ich muss mich auch erst mal bewerben und so, das ist alles gar nicht, also das ist noch gar nicht sicher. Und das alles. Was alles? In Deutschland hat jeder seine Rechte und seine Wörter. Da drüben ist kein Platz. Was sollen die Nachbarn denken? Da stirbt einer und die Ausländer machen hart. Deutschland, du Mannesrecht. Stückchen Kuchen, Nescafé und kleine Familie. Bruder, Onkel, dann ist sonst nix. Beerdigung, zack, zack. Und sechs Wochen später auf Ahnung. Du hast keine Ahnung, was es heißt, dass Armenier in Türkei lebe. Aber jüsse eine Mamasse. So fleißig. Armenische Mädchen sind alle fleißig. Hauptsache, sie setzen mich nicht an den Heiratsmarkt. Hm, das soll ich aber auch. Wie Erke Karkadasch war, Alman. Oh Manuel, Unikollege. Arman, das ist Belinda. Du wirst doch nicht gleich verheiratet. Nur kennenlernen. Er hat auch studiert. Nein, ich hab nicht studiert. Kind, wir sind nicht mehr so viele. Ich meine, Unikollege. Ach Manuel, du verstehst das nicht. Das ist nicht leicht von heute auf morgen in einem fremden Land. Wie, sie arbeitet jetzt in Armenien? Nein, nur heiraten. Meine Frau ist auch nicht von hier. Die hat das auch nicht leicht. Dieser Stepmold. Das ist ein Stepmold. Jetzt hast du dich aufgerissen. Du bist ein Stück. Du bist ein Stück. Wir sind ein Stück. Mach, ihr Lieber. Aber du kannst so blind sein. So ist es lecker. Wir sind eine Familie. Wir brauchen meine Hilfe. Ich deine. Dann hörte dich jeweils. Say so